Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play der Herr der Ringe, die Eroberung. Ja, Sound-Einstellungen werden wahrscheinlich aufgefallen sein, dass es ein wenig anders ist als sonst. Ich hab gerade nämlich nochmal übelst viel rumprobiert und es ging mir so, wirklich so auf die Eier. Dieses Drecksrauschen von meinem Wix-PC war einfach immer so laut, egal was ich eingestellt habe, man hat es immer mega laut gehört. Und wenn man es nicht gehört hat, hat man mich eben auch nicht gehört. Deswegen nehme ich jetzt gerade einfach mit meinem Handy das Audio auf, das spiegelt ganz normal vom PC aus. Und das Traurige ist, dass meine Handy-Mikrofon-Qualität wahrscheinlich sogar noch besser sein wird, als die von meinem gekauften Studio-Mikrofon. Und das nur wegen diesem scheiß PC, weil dieser so scheiße mega rauscht. Es ist wirklich übelst abfuck. Ich sitze hier jetzt schon locker eine halbe Stunde oder so und bin nur am Sound einstellen. Ach, halbe Stunde. Wahrscheinlich eine ganze Stunde. Na gut, okay. Jetzt, da ich jetzt mit meinem Handy aufnehme, entschuldige ich schon mal, falls die Audio-Qualität hier sehr komisch sein sollte. Aber ich habe nebenbei ja gerade noch ein anderes Projekt laufen, da lief das eigentlich alles ganz gut mit dem Handy aufnehmen. Vielleicht werde ich es in Zukunft jetzt immer so machen. Dann habe ich zwar viel zu schneiden, aber... Solange dann das scheiß Rauschen nicht mehr in mir auf die Eier geht, ist mir das allemal wert. Gut, bevor ich jetzt hier weiter noch eine Stunde lang mich über meinen Rauschen aufwege, würde ich sagen, starten wir einfach mal mit Osgiliath. Im Schutz der Dunkelheit überquert ein Spähtrupp der Orks den Anduin, um unsere Welt aufs Neue in die Dunkelheit zu stürzen. Der Angriff der Orks beginnt ummitternach. Wie ein Dolch stoßen sie in das Herz von Osgiliath vor. Den Tödlichsten aller Angriffe soll eine Elite-Horde führen, die am anderen Ufer lauert. Mit ihren Belagerungswerken werden sie Feuer auf die verhassten Waldläufer niederregnen lassen. Die Orks warten auf ein Zeichen ihrer Speer, um ihre Ziele zu markieren. Denn ihre dunklen Herzen wollen Osgiliath brennen sehen. Überfall auf Osgiliath. 4. April 2019, drittes Zeitalter. Und wir starten mit nem Bogenschützen direkt rein, weil Bogenschützen sind halt geil. Aufpassen, ihr Mann! Bringt sie um und zündet das Leut vorher an! Heute Nacht wird Osgiliath brennen! Lauf mit der Fackel zum nördlichen Ende der Ruinen! Mach schon! Immer mit der Ruhe! Wir kehren ja erst noch ein paar Gondorianer, bevor wir das machen. Aua! Charons Mund und unsere Hauptleute warten auf das Signal! Bringt eine Fackel zum Sammelpunkt! Mach schon, ihr Hunde! Bewegung! Bisschen Geduld! Äh, was macht der denn da? Mach schon! Da oben ist vor allem gar keiner. Wo kamen denn die Feile grad her? Ah, von euch wahrscheinlich. Ja! Ah! 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 Ich werde erst mal wieder reinkommen. Das letzte Mal ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her. Erstmal muss ich hier Heilung einsammeln. Dann können wir weiterreden. Na komm. Das ist meiner. Lass den in Ruhe. Okay, ihr seid Verbindete. Hauptsache erstmal in die Fresse schießen. Ärger im Arsch. Haltet die Stellung, bis unsere Hauptleute hier sind. Wenn es jetzt weiter so geht, dann muss ich gleich mal meinen PC starten. Irgendwas scheint hier gerade nicht so zu stimmen. Da kommt ein Arschschuhl. Haltet euch vor die Wärme. Oh Gott, hier spawnen gerade ganz schön viele. Sie kommen aus der Basilika. Haltet sie von hier fern. Unsere Jungs müssen sich hier sammeln. Das war jetzt nicht so geil. Jetzt habe ich meine Verbindeten getroffen. Ja, schön drauf gehen. Oh, ein Zauberer. Ey, bleibst du wohl stehen? Bleib stehen, sagte ich. Oh Gott, was war das denn? Ja, wie viele Bogenschützen, von denen auch hier sind. Haltet diese Stirnfriede auf. Unsere Hauptleute kommen. Dieser Wichs-Zauberer immer mit seinem Scheißschild. Das Park kommt aus der Basilika dort. Haltet sie von unserem Sammelpunkt her. Hau doch ab. Meine eigenen Leute stehen mir einfach im Weg. Haut alle ab. Na komm, irgendwann musst du dein Schild wieder... Ja, wir möchten natürlich als Held spielen. Saurons Mund? Passt ja, weil ich mich eben über Zauberer beschwergt habe. Und ihr werdet leben. Hey, Alter, die sind ja mal mega scheiße. Der trifft ja gar nichts. Okay, Saurons Mund ist echt kacke. Ich will wieder wegsehen. Wir brauchen unsere Ramme. Diese Ratten dürfen sie nicht verstören. Oh Gott, ein Hauptmann. Und dann habe ich so einen beschissenen Helden. Junge, da, der trifft einfach nichts mit seinem Scheiß-Nack-Affangriff. Hey, macht der überhaupt Schaden? Nee, ist der Scheiß, Alter. Ich will tauschen. Und zwar sofort. Hinten konnte man auch irgendwo wechseln. Ich hoffe, das Audio von meinem Handy ist verwendbar. Das wäre auf jeden Fall sehr schön und sehr praktisch. Ansonsten müsste ich hier alles nochmal neu aufnehmen. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Aua. Oh Gott. Ja, so kann man es natürlich auch machen, ne? So, respawnen einmal. Wo ist der Hauptmann? Meine Frösse, verpiss dich doch. Komm. Lass mich schießen. Aua. Hä, der lebt noch? Jetzt aber. Oh Gott, oh Gott. Hä, ich konnte da gar nicht weg. Okay, weißt du was? Ich nehme einfach mal den Krieger. Äh, ich sage der Krieger. Jetzt. Okay, das Spiel läuft gar nicht mal flüssig. 30 FPS. Was ist beim letzten Mal außen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Ich glaube, ich werde gleich mal den PC neu starten. Ich glaube nicht. Die Ramme ist mehr wert als eure Schädel! Aua! Oh kacke, ich darf ja nur noch zweimal sterben! Gut, das habe ich jetzt nicht so ganz bedacht. Darum leckt das Spiel manchmal so. Hallo! Äh... Okay... Da muss ich aber los! Ein bisschen Feuer zum Mitnehmen... Und kommt, schwere Attacke! Oh Gott, hier ist er noch gar nicht aufgeladen! Ah, das war dumm! Das war dumm! Oh Gott! Nein, lass mich doch heilen! Einen Krieger! Okay, da muss ich jetzt ein bisschen auf Abstand gehen. Also, Bogenschütze! Oh, es spawnt der immer bei uns! Ist das irgendwie ein falscher Spawn oder so? Verdammt! Was ist in deinem Gesicht? Hey, geh doch weg! Oh, okay, hat er mir einen Krieger geklaut! Also, Controller ist ja eigentlich gar nicht so schlecht! Aber beim Zielen ist er echt nicht so vorteilhaft! Okay, die Barrikade muss da auf jeden Fall weg! Kann ich die nicht? Doch! Aber ich muss genau drauf ziehen! Okay! Irgendwie viele Krieger hier aber auch kommen! So, jetzt! Ach, da kommen schon wieder die Nächsten! Junge! Benutzt doch einfach mal das Ding! Oh Gott, Krieger! Krieger, Krieger, Krieger! Da ist schon wieder ein Krieger! Ach, komm, sterbt doch einfach alle! Sie dürfen die Ramme nicht kriegen! Bringt sie sich zurück! Nein! Lass mich in Ruhe! Nein! Haut doch einfach alle! Ihr seid alle viel zu aufdränglich! Geht einfach! Oh Gott, ein Hauptmann! Okay, da war mal ein Hauptmann! So, lass mich bitte ungestört da durch! Das wäre jetzt sehr nett! Ah, okay! Endlich hilft mir auch mal jemand dabei! Ja, ich werde nach der Aufnahme hier jetzt erstmal gucken, wie das mit dem Audio aussieht! Und wenn es gut ist, dann mache ich jetzt vielleicht eine kleine Aufnahmesession von und nehme noch ein paar mehr Parts auf mit dem Handy! Das ist eigentlich echt traurig, ne? Du darfst eigentlich keinem erzählen, dass man mit dem Handy bessere Aufnahmequalität erreicht, als mit einem Standmikrofon, was man sich extra für 50 Euro gekauft hat! Das ist schon leicht traurig! Das ist eigentlich schon mehr als leicht traurig, das ist schon richtig traurig! Eigentlich könnte ich ja, wenn ich das Audio jetzt sowieso mit dem Handy aufnehme, könnte ich eigentlich auch mit GeForce aufnehmen! Da wäre immerhin die Bildqualität auch noch ein bisschen besser! Aber ich habe da so meine Befürchtungen, weil als ich das letzte Mal in letzter Zeit immer probiert hatte, mit GeForce irgendwas aufzunehmen... ...und immer weniger! Erfahre mich! Mächtiger Prinz von Gondor! Gerade recht für unseren Schmorkauf! Spieß ihn auf, dann können wir plötzlich speisen! Ja, genau! So, was ich sagen wollte, als ich in letzter Zeit nämlich immer mit GeForce Experience aufgenommen habe... ...war es immer so, dass ich, wenn ich das Video danach bearbeiten wollte... Also GeForce Experience und Premiere Pro scheinen sich nicht so ganz zu vertragen! Also manchmal ja, aber manchmal auch nicht! Und GeForce macht ja generell öfters mal so Probleme, dass es einfach nicht mehr aufnimmt oder so! Und deswegen habe ich da so meine Befürchtungen! Und da ich dann sowieso ja immer das Audio hinterschneiden muss... Wäre sehr unpraktisch, wenn das dann mit GeForce irgendwie wieder nicht funktioniert... ...und dann die ganze Aufnahme hin ist! Da nehme ich dann doch lieber in etwas schlechterer Bildqualität auf... ...und habe dafür dann aber auch sicher das Video fertig! Ist meine Meinung dazu! Man kann es natürlich sehen, wie man will! Aber ich gehe da dann doch lieber auf Nummer sicher und bleibe erstmal bei OBS! Gut, dass der Bogenschütze da erstmal so chillt, als würde er zu uns gehören! Oh Gott, bewegende Ziele mit einem Controller treffen! Na das ist ja mal eine geile Herausforderung! Okay, Faramir ist schon zur Hälfte down! Das war's mit Faramir! Faramir ist ein Fressen für die Geier, Jungs! Seine Hütchen laufen... Ah, okay, das war's auch schon! ...mit einem Schwanz zur weißen Stadt! Aus Bilead gehört uns! Der dunkle Herrscher muss zufrieden sein, dass die Stadt noch einmal unter den Stiefeln der Orks erzittert! Weder Faramir noch seine Männer werden verschont! Doch die Menschen wussten um ihr Schicksal! Und so stoßen Saurons Heerscharen aufs Neue unbehelligt zum Herzen Gondors vor! In den Lagern Mordors zieht der dunkle Herrscher frische Legionen zusammen, um all jene, die es wagen ihm zu trotzen, für alle Zeiten zu vernichten! Okay, und jetzt beim nächsten Mal wieder weiter mit Minas Tirith! Allerdings nicht jetzt! Denn jetzt, wie gesagt, werde ich erstmal schauen, ob das mit der Aufnahme alles so hingehauen hat! Deswegen bedanke ich mich an der Stelle fürs Zusehen! Und würden wir mal sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder! Haut da rein und tschau!